Politik verstehen, Probleme nachvollziehen. Wir geben Antworten auf Fragen, die wirklich relevant sind. Genau das ist Europazeit. Die Sendung, bei der Sie nicht nur vor dem Fernseher sitzen, sondern selbst aktiv werden können. Und so beantworten Abgeordnete aus dem EU-Parlament die Fragen, die sie uns gestellt haben. Heute zu Gast Martin Häusling. Er gehört der Fraktion der Grünen an und sitzt im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Wie beurteilen Sie die Effektivität der aktuellen EU-Agrarpolitik bei der Förderung nachhaltiger Landwirtschaftspraktiken und dem Schutz der Umwelt? Die Effektivität der jetzigen Agrarpolitik ist nicht sehr gut, das muss man einfach sagen. Weiterhin gehen die meisten Gelder dafür, dass Bauern Fläche haben. Aber es geht nicht in die Richtung, die wir eigentlich bräuchten, dass es nämlich für Umwelt ausgegeben wird, für den Klimaschutz ausgegeben wird. Sondern es werden die honoriert, die viel Fläche haben. Und das geht leider nicht weit genug. Es gibt immer wieder Ansätze, diese gemeinsame Agrarpolitik grüner und nachhaltiger zu machen. Aber das bleibt meistens uneffektiv. Die jetzige Agrarreform sagt, dass 25 Prozent der Gelder an Umweltmaßnahmen gekoppelt sind. Aber diese Umweltmaßnahmen sind nicht sehr weitreichend. Wir bräuchten weiterreichende Umweltmaßnahmen. Und deshalb ist eigentlich keiner richtig zufrieden. Weder die Landwirte sind mit der Agrarreform zufrieden, noch dient sie wirklich der Umwelt. Wir schaffen ein System, in dem die Bauern immer abhängiger werden von Zahlungen der EU. Aber wir schaffen es nicht, dass Bauern von ihrem Einkommen leben können. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler in dieser Agrarpolitik, dass wir dringend korrigieren müssen. Die Bauern brauchen mehr Rechte in der Kette. Das heißt, nur ein Teil der Zahlungen kommt tatsächlich bei den Bauern an. Das Geld ist, was Verbraucher ausgeben. Das ist, glaube ich, im Moment das, was wir ändern müssen. Wir müssen wegkommen von der Subventionierung. Und wenn Subventionierung, dann müssen wir den Bauern das geben, was sie an Leistungen beim Preis nicht bekommen. Nämlich die Leistungen für Umwelt, Leistungen und für den Klimaschutz. Da müssen wir hinkommen. Und das wird in Zukunft die Aufgabe sein. Einige Kritiker behaupten, dass die EU-Agrarpolitik weiterhin intensive Landwirtschaftssysteme begünstigt und den ökologischen Landbau benachteiligt. Wie gedenken Sie, dem entgegenzuwirken? Ja, es ist leider so. Die jetzige Agrarpolitik fördert im Grunde genommen die Intensivierung der Landwirtschaft. Wir haben ein System, was jahrelang darauf hingedrängt hat, dass Bauern mehr produzieren und billiger produzieren. Und das hat dazu geführt, dass wir auf Kosten der Umwelt eigentlich produzieren. Wir beuten im Grunde genommen den Boden aus. Wir beuten die Umwelt aus. Wir haben massenhaft Importe von Futtermitteln in die Europäische Union und messten hier ja eigentlich Mengen von Fleisch bei Hühnern, bei Schweinen, die wir in Europa gar nicht konsumieren. Das System ist nicht nachhaltig. Und das müssen wir dringend korrigieren. Wir müssen hinkommen zu agrarökologischen Maßnahmen. Das heißt, eigentlich haben wir ein Agrarsystem in Europa, was sogar gesetzlich sehr genau geregelt ist, die ökologische Landwirtschaft. Diese ökologische Landwirtschaft, da füllt ja alles, sagt die Kommission selber, was wir in Sachen Umwelt, was wir auch in Sachen Verbraucherschutz brauchen. Und deshalb müssen wir dahin gehen, dass wir genau diese agrarökologischen Maßnahmen auch fördern. Bisher gilt nach wie vor der größte Teil des Geldes, sozusagen die konventionelle Landwirtschaft, an mehr Produktion, an intensiverer Produktion. Und die Förderung der ökologischen Landwirtschaft hat zwar in den letzten Jahren zugenommen, aber nicht in dem Umfang, den wir bräuchten. Wir wollen 25 Prozent ökologische Landwirtschaft und deshalb müsste eigentlich auch 25 Prozent der Förderung in diese Richtung gehen. Das fängt an mit Forschung. Das geht dahin, dass wir bessere Prämien brauchen für die Ökolandwirtschaft. Und wir müssen auch honorieren, dass die ökologische Landwirtschaft wesentlich mehr für die Umwelt tut, wesentlich mehr für den Verbraucherschutz. Um noch ein Beispiel zu nennen. Die umweltfreundliche Art der Landwirtschaft bedeutet auch, dass wir weniger Pestizide und weniger Antibiotika in der Landwirtschaft einsetzen. Das ist eine dringende Zukunftsaufgabe und da müssen wir hinkommen. Die EU-Kommission hat kürzlich neue Vorschläge für die Agrarreform vorgelegt. Wie stehen Sie zu den vorgeschlagenen Änderungen und glauben Sie, dass sie ausreichen, um die Herausforderungen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit anzugehen? Also ich glaube nicht, dass das, was die Kommission jetzt vorgelegt hat, wirklich dazu dient, die Landwirtschaft in Europa nachhaltiger zu machen. Ganz im Gegenteil, wir erleben gerade einen Rollback, dass also die Umweltmaßnahmen, die wir dringend brauchen und für die wir die Landwirtschaft honorieren wollen, dass die nach und nach jetzt wieder in den Hintergrund gestellt werden. Denn die Kommission, das ist ja eine Tatsache, arbeitet im Moment daran, die Umweltauflagen ein Stück weit zurückzunehmen. Angeblich, weil es dann einfacher wird für die Bauern, aber ich glaube, man löst damit auch ein Stück weit den Gesellschaftsvertrag auf. Nämlich wir haben deshalb ja Leistungen an die Landwirtschaft oder geben deshalb Leistungen an die Landwirtschaft, weil sie was für die Umwelt tut. Wenn wir das jetzt wieder zurücknehmen, da fragt man sich, ja, warum kriegen denn die Bauern Geld? Weil sie zu wenig Einkommen haben oder warum? Also da muss man mal klar definieren, in welche Richtung wollen wir eigentlich eine Landwirtschaft entwickeln? Ist es eine Sozialpolitik? Ist es Geld für den ländlichen Raum? Oder ist es eher Geld für die Landwirtschaft, damit sie in eine ökologische Richtung geht? Das, was die Kommission jetzt vorgelegt hat, ist eigentlich im Grunde genommen ein Rückschritt und nicht das, was wir in der Zukunft brauchen. Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag mit der Landwirtschaft. Und dieser Gesellschaftsvertrag basiert darauf, hier gibt es Geld von den Steuerzahler, von der EU, für eine Landwirtschaft, die sich umweltfreundlicher verhält. Und dann passt der Gesellschaftsvertrag wieder. Wenn wir das nicht machen, stellt sich generell die Frage, warum finanzieren wir eigentlich Landwirtschaft? Die Landwirtschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt. Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie vor, um diese Herausforderungen in der EU anzugehen? Ja, die Landwirtschaft steht vor wahnsinnig schwierigen Zeiten, das wissen alle. Der Klimawandel betrifft ja die Landwirte als erstes und am herzten. Wir haben ja in den letzten Jahren schon gesehen, wir haben zahlreiche Dürrejahre hinter uns, aber dann auf der anderen Seite wieder viel zu viel Regen. Diese Wetterextreme, die werden der Landwirtschaft enorme Probleme bereiten. Ich wundere mich jetzt auch bei den jetzigen Bauernprotesten, dass das so wenig eigentlich Thema ist. Wenn das so kommt, und ich glaube, es kommt schlimmer, als die jetzigen, als die ersten Prognosen des Weltklimarats gesagt haben, dann brauchen wir dringend Antworten. Dann muss auch Landwirtschaft vielfältiger werden. Dann muss Landwirtschaft auch einfach den Klimaherausforderungen gerecht werden. Dann geht es halt nicht so, dass wir einfach nur Massenertragssorten anbauen. Dann müssen wir nachhaltige Sorten einsetzen in der Landwirtschaft. Wir müssen vielleicht ein Stück weit den Tertrag zurücknehmen, aber mehr klimaresistente Pflanzen anbauen. Und wir müssen Agrarsysteme vielfältiger gestalten. Das heißt, wir brauchen größere Fruchtfolgen. Das heißt ganz klar, wir müssen auch darauf schauen, was wir anbauen. In Deutschland zum Beispiel ist fast ein Drittel der Fläche in Kunstlagen mit Mais bestellt. Das ist zu viel. Wir müssen die Vielfalt wieder auf die Äcker bringen. Und dann hat der Landwirt auch die Möglichkeit, am Ende vielleicht kommen nicht alle, wenn nicht alle Pflanzen gut, aber ein Großteil der Pflanzen kommt halt durch diese Herausforderung des Klimawandels. Ich finde, wir müssen auch die Bauern honorieren dafür, dass sie die Richtung gehen. Wir brauchen tatsächlich einen anderen Umgang mit dem Boden, ein anderes Wassermanagement und das werden die Zukunftsaufgaben sein. In vielen Bereichen ist es so, dass in der Landwirtschaft die Bewässerungssysteme eigentlich relativ uneffektiv sind. Und da muss die Europäische Union darauf hinwirken, dass wir das ändern und dafür auch Mittel bereitstellen. Inwiefern unterstützen Sie den Übergang zu einer agrarökologischen Wirtschaft und welche politischen Maßnahmen würden Sie ergreifen, um diesen Übergang zu beschleunigen? Ja, ich glaube, wir müssen den Übergang zum agrarökologischen System schaffen. Wie gesagt, Europa hat gute Ziele und diese Ziele unterstützen wir auch. 25 Prozent als Zwischenschritt für eine Landwirtschaft, die ökologisch ist. Dann haben wir aber immer noch 75 Prozent der Fläche, die von konventionellen Landwirten betrieben wird. Und auch diese Landwirtschaft müssen wir ökologischer machen. Also es wäre zum Beispiel eine Maßnahme, dass wir weniger Pestizide ausbringen. Das war ja auch mal der Plan der EU, 50 Prozent Pestizidreduktion. Das haben wir leider nicht geschafft. Es gab einen massiven Widerstand der Agrarlobby, der Industrie, diese Ziele im Endeffekt zu schleifen. Und da müssen wir wieder zurückkommen. Wir müssen weniger Pestizide einsetzen. Wir haben sogar, Europa hat sich sogar dazu verpflichtet. Und das zweite große Problem neben der Klimakatastrophe ist halt der Verlust an Biodiversität. Mit jeder Insektenart, die ausstirbt, mit jeder Tierart, die ausstirbt, verlieren wir einen wichtigen Anteil im Netz der Biodiversität. Und es wird auf die Landwirtschaft selber zurückschlagen. Bienen sind die drittwichtigste Tierart in der Landwirtschaft. Und je weniger Bienen und vor allem auch Wildbienen es gibt, desto niedriger werden die Erträge sein. Das muss jedem Bauern bewusst sein. Das ist ihnen ja auch bewusst. Deshalb ist die zweite Hauptaufgabe, dass wir wieder mehr Biodiversität in die Landwirtschaft bringen und das fördern und ganz gezielt darauf hinarbeiten, dass Landwirtschaft auch einen großen Anteil daran hat, Biodiversität wiederherzustellen. Das zweite ist, wie können wir den Ausstoß an Klimagasen begrenzen. Und da sage ich nur eins, weniger Dünge-Mitteleinsatz bedeutet auch eine klimafreundlichere Landwirtschaft. Einige Bürgerinnen und Bürger sind besorgt über den Einsatz von Pestiziden sowie chemischen Düngemitteln in der Landwirtschaft und deren Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Welche Initiativen planen Sie, um den Einsatz dieser Substanzen einzuschränken und alternative Ansätze zu fördern? Wir müssen wegkommen und da sind die Bürger zu Recht besorgt von dem massiven Einsatz von Pestiziden. Er gefährdet ja nicht nur die Biodiversität, sondern Pestizide haben ja auch andere Auswirkungen. Die Landwirte selber sind ja davon betroffen, vom Einsatz von Pestiziden. Und die Bürger hoffen natürlich und haben zu Recht das Verlangen, dass ihre Nahrungsmittel frei von Pestiziden sind. Es gibt viele Möglichkeiten, den Pestizideinsatz zu verringern. Dazu gehört erstmal, dass die Landwirte grundsätzlich eine Praxis haben, die weniger Pestizide verlangt. 40 Prozent des Pestizideinsatzes ist sowieso in den meisten Fällen völlig überflüssig. Und dann müssen wir auf andere Anbausysteme gehen. Was wollen wir, oder was fordern wir, ist, dass wir tatsächlich auch Sorten, robuste Pflanzensorten einsetzen, die weniger Chemie brauchen, nicht nur Hochertragssorten, die wirklich viel Chemie brauchen. Das hängt auch viel mit der Düngung zusammen. Wenn viel Stickstoff gedüngt wird, werden die Pflanzen anfälliger. All das hängt zusammen. Wir müssen wegkommen von diesen hoch agrarintensiven Produktionsmechanismen, sondern müssen hinkommen zu nachhaltigen Methoden. Der ökologische Landbau macht das vor. Da haben wir ein System, was in Europa seit gut 40 Jahren wunderbar funktioniert. Es werden immer mehr Biobauern. Und die konventionellen Betriebe können noch eine Menge davon lernen. Und ich glaube auch, dass es für viele eine Lösung ist, mal zu schauen, wie machen eigentlich das die biologischen Betriebe, also zum Beispiel mechanische Unkrautbekämpfung. Das geht alles. Es wird dann vielleicht ein wenig mehr kosten. Aber ich glaube, das sollte uns die Umwelt und eine gesunde Nahrungsmittelerzeugung wert sein, dass wir wieder zu diesen nachhaltigen Methoden kommen. Und ich glaube auch, der Verbraucher hat ein Anrecht darauf, dass seine Nahrungsmittel frei von Pestiziden sind. Und letztendlich brauchen wir das auch für die Umwelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.